Der hat sich einen machen lassen. Wer? Der Ingo Link. Jetzt bin ich geschossen. Ja, aber da nehmen wir uns noch nicht viel mit dem. Trittst du doch? Nein, bei dem Treppe hochlaufen. Da kann man nicht groß gut machen. Jetzt tritt's los. Was der für einen Zug hat auf dem einen Arm. Wahnsinn. Ja, aber guck mal, wie weit unten der gleicht. Ja, der ist ja auch 2 Meter groß. Was soll ich denn dann machen mit meinen kurzen Beinen? Ja. Hier geht ja ganz schön schnell die Stoffe. Ja. Ah, das ist meine hier mit dem Stoffe. Jetzt haben wir klittert dazu. Ja, deswegen kann ich den Finale auch nicht von mir sehen. So, hast du gesehen mit der Übergabe? Ich zeig's dir klar. Und los Jungs, komm! Hört's auf! Ja, ich zeig's dir. Ja, ich zeig's dir. Knapp unter 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 5. Bei 1-gegen-8 läuft.